Jo Leute, was geht ab? Hier ist F.A.R.D. Erstmal an dieser Stelle vielen lieben Dank an die große Teilnahme bei unserem Projekt von mir und Du hast die Macht. Es war auf jeden Fall sehr geil, wir haben sehr viele verschiedene Einsendungen bekommen. Aber am Ende des Tages konnte nur einer gewinnen, das Max Born Berufskolleg aus Recklinghausen. Und zwar die 11. Klasse hat gewonnen. Und viele werden sich wahrscheinlich fragen, warum ausgerechnet das Max Born Berufskolleg. Also um ehrlich zu sein, mir hat die Grundidee sehr gut gefallen bzw. die Idee dahinter. Sie haben halt Bilder gemalt zu einem gewissen Thema, eine gewisse Thematik aufgegriffen. Und diese Bilder werden bei der Auktion Ende März versteigert. Und ich würde einfach sagen, jedem Interessierten, der einfach etwas Gutes tun will, weil dieses ganze Geld, das bei der Auktion zusammenkommt, wird für einen guten Zweck gespendet. Ich selber werde auch da sein, danach noch ein paar Lieder performen. Also es wird sich auf jeden Fall lohnen, vorbeizukommen, eine gute Zeit zu haben und etwas Gutes zu tun und etwas Gutes zu bewegen. Also kommt vorbei in Recklinghausen zum Max Born Berufskolleg. Ende März. Ihr wisst Bescheid. Mehr Infos erfahrt ihr unter www.duhast-die-macht.de Gebt uns. Das war's so. Das war's. Das war's. Traurig sein, wir sind hier und miss in die Welt